Hallo und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Hallo Internet. Zurück zu den Anfängen, lieber Jens. Back to the roots. Ja, genau. Wir müssen mal wieder so ein bisschen Grundlagenarbeit machen. Ich finde, das ist mal wieder Zeit nach dem vielen Gelaber, was wir so über allgemeine Themen gemacht haben. Wir möchten einmal über so ein bisschen Standardliteratur im Betriebsrat Büro reden. Also das wirklich absolute Must-Have. Also was wirklich jeder haben muss, jeder einzelne BR oder zumindest jedes einzelne Gremium. Und das sagen wir gleich zu Anfang an, das handelt sich hier nicht um irgendwelche Schleichwerbung. Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir hier irgendwelche Literatur empfehlen. Das sind alles Dinge, die wir uns selber gekauft haben und wo wir persönlich einfach überzeugt sind, dass das in jedes BR-Büro gehört. Aber es muss eben einmal ganz kurz gesagt werden, nicht, dass ihr hier glaubt, wir stehen mit irgendwelchen Verlagen im Bunde und wollen euch was unterjubeln. Und wir fangen mal an mit dem Gesetzestext. Da kann man immer schön im Internet googeln. Ja, das klappt auch. Hilfreich, ja. Geht auch schnell. Genau. Setzt aber voraus, dass ich immer weiß, dass es da schon gibt. Also ich muss wissen, es gibt dieses Gesetz und dieses Gesetz suche ich gezielt. Wenn ich mich informieren will, habe ich einen Anspruch, ja oder nein, dann muss ich auch mal nach links und nach rechts gucken. Ja. Und ich muss auch mal im Stichwort Verzeihnis nachgucken. Und dann gibt es eine Buchausgabe vom DTV, oder? Backtexte im DTV heißt das. Zeig das mal. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Das erscheint, glaube ich, mindestens einmal jährlich. Diesen Gesetzestext sollte wirklich jeder BR am Start haben. Wirklich jeder. Also jedes einzelne Mitglied. Nicht nur das Gremium, sondern das einzelne Mitglied. Arbeitsgesetze, das heißt, da ist wirklich alles und zwar nur der reine Gesetzestext drin, was man sich darunter so vorstellt. Vom Betriebsverfassungsgesetz, das wir als Betriebsrat natürlich kennen müssen, bis zu Arbeitszeitgesetzen, Entgeltfortzahlungsgesetzen, Kündigungsschutzgesetzen und so weiter. Motterschutzgesetz. Genau. Infektionsschutzgesetz sehe ich hier gerade. Ja. Gerade ganz aktuell. Gerade ganz aktuell. Ja. Das ist, das ist also das absolute Minimum, ja, was unserer Meinung auch jeder einzelne Betriebsrat haben sollte. Ja, auch bei jeder Sitzung, ne? Genau. Definitiv. Mich würde dann nicht wundern, wenn da auch schon Arbeitgeber dann quieken und sagen, wieso braucht denn der Betriebsrat hier, was weiß ich, noch ein Stück für jeden einzelnen Betriebsrat zum Gesetzestext? Das reicht doch ein und es gibt doch das Internet und man kann darüber nachgucken. Ne, es ist wichtig, dass jeder einzelne danach gucken kann und auch vielleicht sich mal so Anmerkungen an die Seite machen kann oder irgendwas da reinkleben kann an Fähnchen, damit er das schnell findet. Das ist einfach notwendig. Und dann nehmen wir hier, gleich das Zweite. Das Zweite? Das Zweite, das ist auch so der absolute Klassiker. Das ist, wenn man ihn immer nennt, dann heißt es, hast du denn den Klebe? Ja, hier Betriebsverfassungsgesetz, Basiskommentar mit Wahlordnung. Aus dem Bundverlag. Was heißt das? Das heißt, da steht also nicht nur der Gesetzestext drin, sondern zu jedem einzelnen Paragrafen gibt es kleine Anmerkungen, teilweise auch über mehrere Seiten, die einem erklären, was denn mit dem Gesetzestext jeweils so gemeint ist und was eben auch so für Gerichtsentscheide es mittlerweile gegeben hat. Aber es ist Basis, ja? Es ist wirklich nur ganz rudimentär, ne? Genau. Also wirklich nur die Basics. Ja. Ja, aber weil das so ist, sollte auch jeder BR, also jedes einzelne Mitglied eigentlich auch den Kleber haben. Ja. Und er hat auch einen Anspruch darauf, um das auch gleich zu sagen, haben Gerichte alles durchgeurteilt. Wenn der Arbeitgeber sollte, ist aber zu teuer und ein Exemplar fürs Gremium reicht auch. Nein, jeder. Und zwar auch immer die aktuelle Auflage, nicht die von 1702. Genau, weil das kommt auch in der Regel jedes Jahr neu raus. Ja, weil es gibt immer eine kleine Änderung, entweder in den Gesetzen oder in wichtigen Gerichtsentscheidungen. Ja, wenn irgendwie das BRG mal wieder einen wichtigen Entscheid findet oder fasst, dann findet man das dann auch in dem Kommentar. Und jetzt, wo wir mit den Basics fertig sind, ja, gehen wir eine kleine Stufe höher. Jetzt müssen wir eigentlich die Festgarderobe anlegen, ne? Ja. Genau. Ja. Vor lauter Respekt. Vor lauter Respekt. Wir fangen jetzt an mit einem Werk, das man auch ohne weiteres als Briefbeschwerer benutzen kann. Das ist das Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung und EBR-Gesetz. Das ist der sogenannte... Das ist Herr Däubler, genau. Da steht auch schon wieder der Klebe mit drauf, ja. Der Herr Klebe ist hier auch als Jurist wieder mit dabei. Aber das ist eben nicht mehr der Basiskommentar, sondern da geht's auch ins Eingemachte. Und Däubler ist ja nun die Koryphäe für Betriebsräte schlechthin, ne? Ja. Eine Legende. Ja. Der Wolfgang, glaube ich, heißt der. Ja. Du bist ja ganz dicht an der Familie Däubler irgendwie dran, ne? Du hast sie mal getroffen, glaube ich, bei einer Veranstaltung in Kassel. Ja, das war die Ehefrau. Ja, ich meine, den Ehemann habe ich auch mal aus der Entfernung gesehen. Der hat irgendwie einen Vortrag gehalten. Ich war mal bei so einer Betriebsratsveranstaltung und da war ganz kurzfristig bei einer Panel-Diskussion, ja, war ein Betriebsrat kurzfristig ausgefallen und ich weiß gar nicht, wie die auf die mich gekommen sind. Auf die hätte ich auch nicht gekommen. Ne, absolut nicht. Und dann habe ich jedenfalls da kurzfristig den Platz eingenommen und da haben wir über betriebsredliche Themen geredet und da stand ich eben neben der Frau Hertha Däubler-Berlin. Die war ja auch Justizministerin, ne? Ja. Und hast du die Veranstaltung gesprengt? Die musste bestimmt abgebrochen werden, wenn du da mitgemischt hast, oder? Ja, nö. Alles gut. Aber das Wichtige ist, was wir damit haben mit diesem Kommentar, das ist auch wieder ein absolutes Standardwerk und es sollte auch in jedem Betriebsratsbüro zumindest einmal da sein. Also der ist wirklich sehr teuer, der kommt auch alle ein bis zwei Jahre raus. Ja. Es ist mein, persönlich ist es mein Lieblingskommentar. Ja. Wir kommen aber gleich noch zu einem anderen Werk und worin sich die beiden unterscheiden, aber der Däubler zeigt einem auf, wie weit die Welt des Betriebsrats gehen kann, möchte ich mal formulieren. Genau. Und das ist manchmal eben ganz wichtig, weil, und wie gesagt, im Kontrast dazu gibt es nämlich noch ein weiteres Standardwerk. Das ist der sogenannte Fitting. Ja? Das Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung Handkommentar. Hier Ausgabe 2020. Ich weiß nicht, wann das nächste rauskommt, ob da in diesem Jahr nochmal was Neues kommt oder im nächsten Jahr erst. Aber das, das ist wirklich, mehr Standard geht nicht. Ja? Also das ist das absolute Standardwerk. Das muss man einfach ehrlich sagen, obwohl es nicht mein Lieblingskommentar ist. Ja. Aber jeder, wirklich jeder Arbeitsrechtsanwalt, jeder Richter, überhaupt jeder Arbeitsrechtsjurist, der rennt mit dem Ding unterm Arm durch die Gegend. Genau. Warum ist das so? Weil sich das Ding einfach noch mehr an die Rechtsprechung hält, auch an die oberste Rechtsprechung. Ja? Ein Jurist, der in diesem Kommentar liest, der weiß dann, wie die obersten Gerichte, was für Juristen immer wichtig ist, schon entschieden haben. Während der Däubler auch mal noch über den Tellerrand hinausguckt. Ja, kann das dann mal sein, dass da auch mal Anmerkungen sind, so eigentlich müsste das auch so sein. Ja, der Däubler sagt auch, nach meiner Auffassung ist es so, auch wenn das Bundesarbeitsgericht noch nie so entschieden hat. Genau. Das heißt, das eine Werk ist mehr noch politischer, ja, weil es eben auch in bestimmte Richtungen verweist und der andere, der Fitting, der bildet das einfach ab, wie es so ist. Das wird dann interessant, wenn ihr vielleicht mal bestimmte Sachen in der Betriebsratsarbeit gegenüber dem Arbeitgeber begründen müsst. Und man möchte wissen, sind wir da im Recht oder nicht im Recht? Dann fängt man eben an, so einen Kommentar nachzuwälzen und zu schauen, ist denn sowas schon mal entschieden worden? Und... Aber wenn ihr in beiden Kommentaren das Gleiche findet, also beide Kommentare euch bestätigen, dann wisst ihr, ihr seid auf der ganz, ganz, ganz sicheren Seite. Genau. Dann ist es so. Dann ist es ständige Rechtsprechung und von der ganz herrschenden Meinung und von Gott Däubler gleichermaßen von allen akzeptiert. Ja. Also, ähm, auch davon, von dem Fitting sollte eben in jedem Betriebsratsbüro zumindest ein Exemplar sein. Dass man hier Fitting und den großen Däubler-Klebe nicht für jeden einzelnen Betriebsrat bekommt, das wird wahrscheinlich tatsächlich so sein oder beziehungsweise sehr schwer werden, das durchzusetzen. Hängt auch ein bisschen von der Größe des BRs ab, ne? Wenn du einen BR mit 100 Mann hast, dann dürften auch mehr Exemplare schwirren. Ja, genau. Aber für kleinere Gremien oder mittlere Gremien dürfte ein Exemplar wahrscheinlich ausreichend sein. Genau. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Betriebsratsliteratur, aber wir wollten jetzt eben einfach mal ganz kurz so den Einblick für euch geben, was denn auf jeden Fall das absolute Minimum ist. Ohne das kann man als Betriebsrat eigentlich nicht vernünftig arbeiten, bin ich der Meinung. Also es ist mir auch schleierhaft, wie das dann geht. Oft genug bekommt man das dann eben doch mit, dass eben vielleicht gerade eben mal dieser Basiskommentar beim Betriebsrat vorhanden ist und diese ganzen anderen Dinger, die sind eben nicht da. Wenn man mal im Büro vom Chef war und man sieht das da drin stehen, dann kann man ihm dann ja auch gleich sagen, guck mal hier, du hast das auch, wir wollen das auch haben. Macht man Beschluss, ja, und dann teilt man das dem Arbeitgeber mit. Der Betriebsrat hat beschlossen, dass der Arbeitgeber hier den Fitting, den Däubler, den Basiskommentar und die Gesetzestexte, die Arbeitsgesetze einfach mal für den Betriebsrat bestellen soll und bitte pronto. Genau, und die beiden großen jeweils einfach, ne, und die kleine Anzahl der BR-Mitglieder plus regelmäßige Nachrücker. Genau. Dann hast du es. Ja, das war es im Grunde schon. Wir wollten einfach nur mal kurz sagen, was eben so Pflicht ist und guckt mal bei euch nach, was bei euch im Büro steht. Und wenn da eben, wenn ihr da einen Kommentar stehen habt, der jetzt auch schon fünf, sechs Jahre alt ist, dann wird es einfach Zeit, dass der mal wieder erneuert wird, ja, ganz, ganz dringend. Weil da passiert ganz, ganz viel in der Arbeitsgerichtswelt. Jo, hast du noch was? Nein. Dann war es das schon. Dann wünschen wir euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und Tschüss!